Hallo und herzlich willkommen zum Kurs PPL Meteorologie. Wir haben hier die Themen Luftmassen und Fronten. Zunächst einmal, eine Luftmasse ist eine grosse Menge Luft, die spezielle Eigenschaften hat. Und diese Eigenschaften, die sie im Ursprungsgebiet, dort wo sie entstanden ist, aufnimmt, die nimmt sie mit. Wir können zwischen folgenden Eigenschaften unterscheiden. Kalt, warm, feucht, tropisch, kontinental, polar und arktisch. Wir sehen auf der rechten Seite die Abbildung. Wir sehen hier, wo die Luft herkommt. Wir haben also arktische Luft vom Polen, dann haben wir polare Luft, die in unseren Breitengraden entstammt. Und dann die tropische Luft, die aus Nordafrika oder dem nördlich des Äquators ist. Wenn wir nur anschauen, was passiert, wenn eine Luftmasse sich bewegt und mit einer anderen Oberfläche reagiert, dann können wir zum Beispiel bei einer warmen Luftmasse, die über eine kalte Oberfläche strömt, Folgendes feststellen. Wir haben einen kleineren Temperaturgadient und dadurch entsteht eine stabilere Schichtung. Dabei werden Schichtwolken gebildet, die in der Bodennähe sich aufhalten. Das sind Stratuswolken beispielsweise. Wenn wir das Umgekehrte haben, wenn wir kalte Luft, die über eine warme Oberfläche strömt, haben wir folgende Effekte. Wir haben nun eine labilere Schichtung. Es kommt zur Bildung von Quellwolken, Konvektivbewölkung, Cumulus und CB. Im Sommer haben wir folgende dominanten Luftmassen in Mitteleuropa. Wir sehen diese Abkürzungen auf der rechten Seite und mit diesen drei können wir eigentlich jede Luftmasse beschreiben. CPK heisst also kontinental, polar und kalt. MTW, maritim, tropisch warm. Im Winter kommen drei weitere Luftmassen hinzu. Da die ganz kalte Luft von den Polen vermehrt zu uns nach Mitteleuropa gelangen kann. Dort haben wir beispielsweise maritim, arktisch kalt oder dann kontinental, arktisch und kalt. Diese Luftmassen zusammen mit maritim, polar und warm sind die Luftmassen, die im Winter zusätzlich dazukommen. Und diese Luftmassen beeinflussen unser Wetter grundlegend. Die Luftmassen, die, wenn wir das ganze Jahr anschauen, am häufigsten vorkommen, dann haben wir maritim, polar, kalt und maritim, tropisch warm. Diese zwei Luftmassenarten verzeichnen wir am meisten. Und wir haben hier dann eben auch diese spezifischen Eigenschaften. Maritim, polar, kalt beispielsweise hat eine gute Sicht. Typischerweise Kumuluswolken und Schauer. Wenn nun zwei Luftmassen aneinander treffen, dann entsteht eine Front. Das ist also der Übergangsbereich zweier Luftmassen an der Erdoberfläche. Wenn wir das nun genauer anschauen, sind die Luft die Ursache. Das sind zwei Luftmassen, die sich nicht vermischen. Das heisst, wir haben hier eine, es kommt nicht zu einer Durchmischung der Massen, sondern es gibt eine neue Frontschicht, in der etwas passiert, in der das Wetter passiert. Wir sehen hier auf der linken Seite die Warmluft mit einer Nullgradgrenze, die wesentlich höher liegt und Kaltluft die Nullgradgrenze, die wesentlich tiefer liegt. Das heisst, wir haben hier also einen Dichteunterschied und in der Frontschicht, da entsteht dann das Wetter. Wenn wir das anschauen, dann sehen wir hier zwei Luftmassen, eine grosse Warmluftmasse, die sich über eine Kaltluftmasse, die über eine Kaltluftmasse hinwegströmt. Die Warmluftmasse ist leichter und daher steigt sie an der Kaltluft auf. Und weil sich die relativ langsam bewegt, bewegt sich die eben schön kontinuierlich. Das heisst, es bildet sich eine Frontschicht, die schräg, die quasi eine Steigung hat und die Luft wird dann entlang dieser Frontschicht kontinuierlich abgekühlt. Dort bilden sich dann Wolken. Demgegenüber haben wir eine Kaltfront. Dort kommt kalte Luft und schiebt sich unter die warme Luft hindurch. Sie ist also schwerer als die warme Luft und dadurch wird diese warme Luft in die Höhe gehoben. Das wiederum gibt auch eine Abkühlung, eine Kondensation und eine Bildung von Wolken. Wenn wir nun die Breite der typischen Warmfront anschauen, haben wir eine Frontschicht, die zwischen 50 und 100 Kilometer breit ist. Das heisst, dort haben wir die Übergangsschicht zwischen der kalten und der warmen Luft und dort durchmischt sich das Ganze und generiert spezifische Wetterphänomene. Wenn wir nun einen Schritt zurücknehmen und das Ganze auf der grossen, auf der nördlichen Halbkugel anschauen, dann sehen wir hier, dass sich eben Luftmassen, die Polarluft, mit der tropischen Luft eine Grenze bildet und dass wir dort eine Polarfront haben. Das heisst, wir haben nun nicht nur eine warme, kleine Luftmasse, sondern wir haben zwei sehr grosse Gebiete, die aufeinandertreffen. Und da entsteht die Polarfront. Und entlang dieser Polarfront entsteht dann eine Polarfrontwelle oder eine Zyklone. Das entsteht wie folgt. Grundsätzlich haben wir das Phänomen, dass die kalte Luftmasse schwerer ist und sie drängt nach Süden. Und wir haben warme, tropische Luft, die nach Norden drängt. Wenn wir nun hier diesen Temperaturgradienten anschauen, dann führt das zur Entstehung eines Jetstreams oder der Jetstream wird zu verstärken. Der Jetstream führt dann auch dazu, dass es einen Druckabfall gibt, einen lokalen. Dort entsteht also lokal ein kleines Tiefdruckgebiet. Und nun beginnen sich diese zwei Fronten, also die warme Front, hier rot dargestellt, und die kalt Front, blau dargestellt, zu drehen. Und das heisst, wir haben hier dann also eine Verstärkung des Tiefdrucksgebiets. Wir haben auch eine Drehung, die wir nun sehen. Die Winde, die Isobaren, die drehen rund um dieses Tiefdruckgebiet herum und so kann eine Polarfrontwelle entstehen. Hier sehen wir die Entwicklungsstufen einer Polarfrontwelle. Bis drei haben wir es angeschaut. Bei vier verstärkt sich das Ganze dann und wir sehen, dass die Kaltfront sich schneller bewegt als die Warmfront. Was auch wichtig ist, zu sehen, ist, dass bei sechs die Isobaren an den Fronten jeweils starke Richtungsänderungen aufweisen. Und das sind typische Merkmale, die wir beobachten können, auch am Boden. Bei sieben hat dann die Kaltfront, die Warmfront, eingeholt und es entsteht eine Okklusion. Diese Okklusion wird dann bei acht immer grösser. Bei neun schliesslich löst sich die Okklusion ab und es entsteht wieder eine Polarfront, wie wir das schon zu Beginn bei eins gesehen haben. Und der Zyklus kann von neuem beginnen. Hier noch ein paar Begriffe zur Polarfrontwelle oder Zyklone. Das Gebiet, das vor der Warmfront liegt, dem sagen wir Aufzugsgebiet. Der Sektor zwischen der Warm- und der Kaltfront bezeichnen wir als Warmsektor und der Bereich hinter der Kaltfront wird als Rückseite bezeichnet. Wir sehen hier in der Mitte sehr schön das Tiefdruckgebiet und die grünen Pfeile zeigen uns, in welche Richtung diese Zyklone wandert. Bitte noch einmal beachten die grossen Richtungsänderungen, die wir hier entlang der Fronten sehen. Nun, wenn wir eine Okklusion haben, dann sehen wir, dass die kältere Luft hier, also die warme Luft, einholt. Und wir haben dann zwei Varianten, wie das passieren kann. Wenn wir kältere Polarluft haben, die sich sowohl unter die weniger kalte Polarluft wie auch unter die tropisch warme Luft zwingt, dann sprechen wir von einer Kaltfront-Okklusion. Das heisst, eine Kaltfront, die Luft, der Kaltfront ist das tiefste Element, das dann auf der Erdoberfläche bleibt und die anderen anhebt. Demgegenüber haben wir eine Warmfront-Okklusion. Wir haben dort das Phänomen, dass die Luft im Aufzugsgebiet die kälteste aller drei Luftmassen und die bleibt dann an der Erdoberfläche bestehen und die weniger kalte Polarluft schiebt sich dann über die kältere Polarluft hinweg und hebt gleichzeitig auch die warme, die tropisch warme Luft zusätzlich an. Dem sagen wir eine Warmfront-Okklusion. Wenn wir nun das Ganze anschauen, wir haben ja die Polarfront und die Polarfront ist ein Phänomen, das wir auf der nördlichen Halbkugel sehr schön sehen. Wir sehen hier Mitteleuropa, Russland, Alaska, Nordamerika, Kanada und die sind alle von dieser kalten, polaren, zum Teil arktischen Luft betroffen und wir sehen die tropische Luft, die eben weiter südlich herrscht und wir sehen hier, dass sich diese Polarfrontwelle rund um den Globus formiert. Wenn wir nur die Darstellung auf der Bodenkarte anschauen, dann sehen wir beim gelben Kreis sehr schön, wo die Kaltfront auf die Warmfront auftrifft und dann weiter nordwestlich davon das Tiefdruckgebiet. Das wandert dann weiter Richtung England und wir sehen zusätzliche Wellen und Okklusionen im Bereich der Schweiz, von Deutschland und dann auch in der Nordsee. Also hier sehen wir, wie die auf der Bodenkarte dargestellt werden. Wenn wir nur anschauen, wie die Wolken sich formieren in einer Front, dann sehen wir auch ganz typische Merkmale. Bei einem Warmfront, gerade weil sie sich eben langsam über die kältere Luft schiebt, entstehen stratusförmige Wolken. Das sind Schichtwolken und diese langsame kontinuierliche Abkühlung führt zu diesen stratusförmigen Wolkengebilden. Wir haben eine sehr typische Abfolge, die wir beobachten können. Wir haben zunächst einmal, wenn wir von rechts oben anfangen, die Cirruswolken. Dann haben wir Cirrusstratuswolken, Altersstratuswolken und Nimbostratuswolken. Unter der Front haben wir im kalten Bereich dann Stratocumulus und Stratuswolken und weiter vorne Cumuluswolken. Die Ausdehnung, das ist rund 1000 Kilometer. Der Frontbereich, dort wo die Linie gezogen wird, das ist bei Null. Das ist wichtig zu verstehen. Wir haben also, wenn wir eine Wetterkarte anschauen, haben wir eben den Ort, wo die Front auf den Boden trifft. Aber wir sehen hier sehr deutlich, dass das ganze Gebilde sehr gross ist, also rund 1000 Kilometer gross. Das heisst, diese ersten Wolkenschichten, die sind viel weiter vor der Front bereits erkennbar und beobachtbar. Das mittlere Niederschlagsgebiet ist ca. 300 Kilometer breit und die Neigung der Front ungefähr 1 zu 100 bis 1 zu 150. Hier sehen wir eine stabile Schichtung. Das heisst, wir haben hier keine labile, warme Luft, sondern die ist auch relativ stabil. Wenn wir nun eine labile Schichtung anschauen, dann haben wir die gleichen Wolkentypen. Allerdings kommen durch diese labile Schichtung noch zusätzliche Wolken dazu. Das sind Cumulus, Towering Cumulus und Cumulo-Nimbus-Wolken, CB. Eine abgeschwächte Warmfront gibt es auch. Das heisst, dort haben wir die gleichen Phänomene wie bei einer Warmfront, ausser dass die Wolkendecke kompakt ist und dass permanent Niederschläge fallen. Aber auch hier sehen wir wieder die Abfolge der Wolken mit Cirrus, Alto, Stratus, Stratocumulus und Alto Cumulus. Das von dem her ist gleich. Wenn wir nun die Kaltfront anschauen, dann sehen wir hier wiederum das Beispiel mit der stabilen Schichtung. Wir haben also eine warme Luft im Warmsektor, die relativ stabil geschichtet ist. Und nun kommt von links her eine kalte Luftmasse und drängt diese nach oben. Hier sehen wir tendenziell auch wieder Stratuswolken und dann in der Polarluft, in der kalten Luft, Cumuluswolken typischerweise. Die Cumuluswolken ganz links, das sind diese Schönwetterwolken, die wir sehen nach dem Durchgang einer Kaltfront. Hier ist die Ausdehnung der gesamten Front circa 500 Kilometer und das Niederschlagsgebiet ist ungefähr 100 Kilometer. Wir sehen also, die Ausdehnung ist wesentlich kleiner als bei einer warmen Front. Die Neigung der Front ist auch grösser. Wir haben hier 1 zu 40 bis 1 zu 80. Wenn wir nun eine labile Schichtung haben, dann kommt zusätzlich die CB, Taurinkumulus und Cumuluswolken dazu. Wir haben also eine sehr starke vertikale Entwicklung und mit sehr heftigen Wetterphänomenen, inklusive Stürme und starke Gewitter. Auf der Rückseite dann wieder diese Schönwetterwolken, die Cumulus. Auch hier gibt es wieder eine abgeschwächte Kaltfront, gleiche Wolkentypen, aber dann auch wieder ohne Niederschlag. Dort treffen auch diese zwei Luftmassen wieder aufeinander. Wenn wir nun eine Warmfront-Okklusion haben, dann sehen wir hier auch wieder eine typische Schichtung. Wir haben eine kältere Luftmasse, die sich zusätzlich über der kalten Luft nach oben schiebt. Das führt zu einer weiteren Hebung. Wir haben hier also überwiegend Stratuswolken. Bei einer Kaltfront-Okklusion sieht es anders aus. Dort wird nun die warme Luftmasse zusätzlich nach oben gedrängt. Das führt dann zur Bildung von CB-Wolken unter dem Niederschlagsbereich, inklusive sehr heftigen Wetterphänomenen mit Thunderstorms und Gewitterstürmen. Wenn wir das jetzt anschauen, dann sehen wir, haben wir schon gesagt, dass eben die Linie eigentlich nur auf dem Boden markiert, wo die Front auftrifft. Und wenn wir diese Fotos hier anschauen, dann sehen wir gross die Ausdehnungen sind. Wir sehen ganz schwach in Rot die Landesgrenzen. Wir sehen jetzt zum Beispiel auf der linken, im linken Bild sehen wir das Tiefdruckgebiet über Nordschottland. Und diese gesamte Zyklone, die dehnt sich bis nach Frankreich aus und die wandert dann innerhalb von 24 Stunden über die Nordsee Richtung Skandinavien. Und auch dort sehen wir typischerweise wieder, wie sich jetzt auch die Kaltfront, und wie die schmäler ist, die ist jetzt da jetzt noch einmal mit der Bewölkung so noch 100 Kilometer breit. Und der Warmsektor mit dem Aufzugsgebiet sehen wir, ist sehr viel, sehr viel breiter. Wichtig ist noch einmal zu verstehen, dass das eine dreidimensionale, grossflächiges Phänomen ist, das wir hier sehen. Hier sehen wir das Ganze noch einmal bildlich dargestellt. Ein Beispiel, wie das aussieht, haben wir im Thema Klimatologie aufgezeigt. Dort in diesem Video sieht man die schöne Abfolge der Wolke in der Schweiz als beispielhaft dargestellt. Wenn wir nun den Durchgang von Fronten anschauen, dann haben wir ja schon gesehen, dass die Windrichtung ändert. Es verändern sich aber auch noch andere Merkmale, die wir beobachten können. Dazu gehört der Druck, die Windgeschwindigkeit, die Temperatur, Niederschlägesicht und die Wolkenbasis zusätzlich zur Windrichtung. Und wenn wir das anschauen, dann sehen wir hier die Temperatur. Im Aufzugsgebiet bleibt sie gleich. Dann vor der Warmfront sinkt sie lasch. Dann im Warmsektor steigt sie rasch an, weil es warme Luft ist. Dann bleibt sie gleich bis vor der Kaltfront. Und dann, nach dem Durchgang der Kaltfront, sinkt die Temperatur rasch. Und anhand von diesen beobachtbaren Phänomenen wissen wir, wo wir uns befinden. Im Aufzugsgebiet, im Warmsektor und auf der Rückseite. Ein spezielles Phänomen, das wir auch mit dem Durchgang einer Warmfront beobachten, ist der Verreisen der Regen im Winter. Dort haben wir in der Schweiz ja typischerweise einen Kaltluftsee, der die Kälte speichert. Und wenn nun eine Warmfront über die Schweiz zieht, haben wir folgendes Phänomen, das werden wir zunächst einmal auf der rechten Seite anschauen, haben wir ja die polare Luft, die ist kalt. Dort schneit es aus den Wolken der Warmfront, des warmen Bereichs heraus, als Schnee. Und dann fallen diese Schneeflocken durch die Polarluft, die immer noch um die Null Grad oder unter Null Grad ist, hinunter. Und dann in den Kaltluftsee und bleibt dort eben als Schnee bestehen. Wenn wir nun aber das Phänomen anschauen, dass wir die Schneeflocken, die dann in der warmen Luft herunterfallen, die dann plötzlich sich erwärmen über Null Grad, die werden dann eben wieder flüssig. Und diese flüssigen Tropfen, die fallen dann in den Kaltluftsee. Und dort ist es wie folgt, dass eben diese Tropfen jetzt nicht Eis werden, sondern die bleiben flüssig im Flug und werden aber unterkühlt. Die werden also superkühlt. Das hat zur Folge, dass wenn diese Tropfen auf den Boden auftreffen, oder auf Bäume, Masten und so weiter, dann entsteht sofort Eis. Also diese Eistropfen, die bleiben nicht flüssig, sondern die werden nun fest und vereisen sofort. Und weil wir in der Warmfront relativ kontinuierliche, dauerstavte, starke Niederschläge haben, kann das zu sehr grossen Eisansammlungen führen in relativ kurzer Zeit. Das ist dann typischerweise, das sind diese Bilder, wo wir sehr lange Eiszapfen an Masten oder auch an Starkstromleitungen haben, die dann auch herunterfallen können. Das wäre also der Vereisen der Regen. Gut, das wäre das zum Thema Luftmassen und Fronten. Besten Dank für die Aufmerksamkeit.